Willkommen zu dem Expos. Meine Damen und Herren, heute machen wir wieder eine Fußball-Challenge und zwar nicht mit mir, weil ich bin leider krank. Ich habe die Grippe, meine Leute. Leute, das sind die Austriene. Das ist zu scheiße für mich. Nein, kein Spaß, Leute. Ich habe ein bisschen Fieber. Dafür kommt ein Spezialgast aus der Schweiz. Und das, meine lieben Leute, ist Elvedon aus der Schweiz. Meine lieben Leute, Elvedon aus der Schweiz. Er spielt FC Basel. Meine lieben Leute, FC Basel. Ich habe den Profi geholt, Alter. Er wird jetzt mit Albin hier eine Challenge machen. Leute, ihr könnt die erste Challenge anfangen. Wer soll auswählen? Latten schießen. Okay, meine lieben Leute. Erstes Spiel machen wir. Latten schießen. Okay, Albin, bist du ready? Ready. Du nichts können? Ja. Du nichts können? Wer hat verloren? Keine Ahnung, wer verloren hat, aber du kannst nichts. Okay, dann fangen wir an. Ready? Let's go. Let's go to the Rampo. Okay, next. Hey, Digga, hast du schon Angst? Verlierst du? Guck, guck jetzt, oder? Verlierst du? Ich verliere nicht. Guck jetzt, guck einfach. Aber straffe Isda. Aber film jetzt auf meine Füße. Okay, Alter. Aber film jetzt auf meine Füße. Ja, mach doch. Steh mal auf, du Opfer. Er war nicht. Er hat gestreift. Er hat gestreift. Keine Ahnung, Bruder, aber... Aber lassen wir halt. Halt lassen wir, gell? Halt, ey. Ey, mach mal so. Wenn der erste jetzt die Latte trifft, hat gewonnen, weil sonst wird das bis in der Früh nichts. Okay. Okay. Alles klar. So, Leute. Weiter geht's, meine lieben Leute. Albin hier das Opferschiss jetzt am Start. Und Logo. Lego. Was war das? Was war das? Next. What? What? Kannst du das nochmal machen? Was? 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 Wie bei mir doch. Next. So, Leute, das war's. So, Albin. Jetzt hast du nochmal eine Chance, wenn du die Latte triffst, okay. Wenn nicht, dann hast du die erste Runde verloren. Lego. Okay, verloren. So, meine lieben Leute, wir machen die nächste... und zwar, erzähl mal. Freistöße. Fünfmal? Er ist im Tor, fünfmal. Okay. Okay. Wer mehr reingemacht hat. Okay. Lego. Beleut. Was war das? So kann ich auch schießen. So kann ich auch schießen. So, Leute, ganz kurz mal was ganz anderes. So, Leute, ganz kurz mal was ganz anderes. Ähm. Elvidon sagt, dass er von da, also von der Ecke, hier ein Tor schießen kann. Also bei der Mauer da durch irgendwie. Und dann ein Tor. Okay, ich würde mal sagen, Elvidon, du kannst los starten. Aber warte mal. Okay, geht. Das geht. Habt ihr das gesehen, meine Freunde? Okay, Albin. Das geht. Okay. Wow. Wie viel steht? Noch eins. Genau auf den Tor, Mann. Okay, Albin. Ich glaube, du hast verloren, Digga. Du kannst dich vielleicht noch rausretten, aber ich glaube, das geht nicht mehr. So, meine lieben Leute, wir machen jetzt ein bisschen Skills hier und ein bisschen Freestyle. Lego. Schabone. Mach Freestyle. Oh, okay. Alles klar, Mann. Nee, ich schau mal nur zu. Warte. Lego. Lego. Ah, du wichst mein Fuß. Mein Arsch ist hier oben, nicht hier unten. Lego. Oh, scheiße. Ja. Ja. Das will das überlieren. Warte, wenn er. Ja, jetzt kannst du das. Oh, fuck. Guck. Hättet ihr getroffen, Alter. Hättet ihr getroffen, Alter. Boah, Albin, Digga. So, Leute. Das war's wieder mit der Fußball-Challenge. Albin hat wieder verloren. Mal. Du spielst nicht mehr so viel als der Fußball, Alter. Hast du noch was zu sagen, du Verlierer? Sagen halt schnell. Okay. Leute, bis zum nächsten Video. Vergiss nicht zu abonnieren. Like dieses Video. Und... PÜß! PÜß!